Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren knackigen Folge von Minecraft Wasteland. Die letzte war ja ein bisschen chaotisch, in der haben wir unter anderem unten mal ein bisschen ausgeleuchtet, weil immer Dutzende Zombies in der Nähe sind, gefühlt. Und wir müssen mal eben schlafen gehen. Jetzt dürfte das kein Problem mehr darstellen, jetzt dürften ja eigentlich nicht mehr direkt welche spawnen in der Nähe. Könnte immer noch Dutzende Höhlen geben, so ist es ja nicht, aber... Oh, ich muss mal im Inventar lernen. Ich hab auch ein paar Zombie-Höhne gesammelt. Die packe ich jetzt aber erstmal da rein. Lieber... So... Enderpearl Dust. Das packe ich jetzt mal da rein. So, Erze. Hab ein bisschen Gold gesammelt, was natürlich super cool ist. So, Farmium Ingot. Kann ich mir daraus ein Farmium Schwert machen? Ja, ne? Ist das gut? Ich glaub, das ist genauso wie ein Eisenschwert, dachte ich, ne? Ich packe das mal in meine Kiste. Oh, ich hab mein Ding gar nicht ausgerüstert, deswegen war ich auch so slow. Ha, ha, ha. Hier hab ich nix mehr drin, ne? Ne. So, was kann ich noch da reinpacken? Silverwood Windcore wollten wir immer noch machen. Wird irgendwie nix. Aber... Gut. Wir haben jetzt einige Folgen, wo wir einfach nur ein bisschen Blödsinn treiben und ein bisschen Sachen sammeln. Von daher wird es schon irgendwie klappen. Und packe ich das mal da rein. Oder fast da rein. So, jetzt nur Copper, genau. Hier füllen wir dann ein bisschen Eisen ab. Haben wir ja genug. Was das hier drin macht, weiß ich auch nicht, ne? Aber ich könnte noch so einen dazu machen, eigentlich. Ich bräuchte dafür eigentlich nur ein Smeltery Drain. Und das wär's. Aber, das reicht jetzt auch sowas mal. Wenn man Eisen braucht, kann man es nicht machen. Und ich mein, wir haben genug Eisen drin. So. Die Steine, die ich nicht brauche. Das ist der hier, das ist der hier. Gunpowder, das kommt natürlich dahin. Ich hab ja auch noch ein Steinchen aufgesammelt. So, Erze. Zack. Das Papier, das nehmen wir natürlich wieder mit. Und die Steine, die brauchen wir gleich. Wofür? Hier, das wollte ich eigentlich in der letzten Folge schon hinaus. Da muss ich sehen. Dieser, wir wollen, das kann ich mal da reinpacken, so. Wir wollen nichts anderes machen, als die Mauer zu erweitern. Und zwar relativ simpel. Ach so, die Steine, warte mal. Die setze ich wieder da unten hin, damit es wieder noch was aussieht. Eine Lampe sitzt da, also kann ich bedenkenlos hier wieder zu machen. Wunderbar. Hier hab ich schon wieder alles aufgesammelt. Das brauch ich gar nicht erst aufsammeln. Und Aluminium brauchen wir gerade nicht. Das stört uns eher nur. So, aber gut. Dann packen wir das doch gleich mal wieder rein. Ist ja noch genug Platz drinnen. Besonders das Gold sollten wir schmelzen. So, hier machen wir wieder ein bisschen was. Und jetzt placen wir Stein. Ganz, ganz viel. Wir müssen die Mauer aufbauen. Die Mauer, I'm Earth, back. Nee, nicht ganz. So, hier nehmen wir die noch mit. Wenn wir unsere Rüstung dann verzaubern wollen, brauchen wir viele von denen. Die ich mir lieber dann in mein Inventar packe. Also in meine Tasche. Damit die mir nicht wieder geklaut wird. Nein, Cloud kann man ja nicht sagen. Damit Foxy sie nicht benutzt. Dieser Schlinge. So, wo fange ich denn an? Ich weiß nicht, ob wir noch viel weiter bauen. Aber hier würden wir auf jeden Fall mal ansetzen. So ungefähr hier. Ich würde sagen, hier. Hier. Machen wir die vier hoch? Ja, doch. So. So. Ich mache die lieber mal zu. Hier. Falls ich doch mal was durchbacken möchte. Dann schließt es hier auf. Ja gut, es bleibt schon bei der Höhe dann. Dann muss ich hier noch ein bisschen höher bauen. Wie schaut denn das eigentlich aus? Oh, das ist noch das Ding drunter. Gut. Gut, gut. So. Machen wir noch eine Ebene höher, ne? Dass das dann schön aufschließen kann. Die kann weg. Die kann auch weg. Machen wir die so hin. Hier gehen wir einmal hoch. So, machen wir weiter. Bevor es dunkel wird, ne? Lassen wir uns ein bisschen beeilen. Schaut es eigentlich bei... Beim... ...guten Quantum aus. Von dem hat man schon langsichts mehr hier gehört. Da hat sich so ein bisschen distanziert von uns. So gefühlt. Dann würde ich hier aufschließen. Das sieht immer so blöd aus, ne? Wenn die... ...Dinger hier so gesetzt sind. Finde ich furchtbar. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Aber bitte, mach das nicht mehr. Was ist hier eigentlich passiert? Warum... Ist die Mauer hier so komisch? Der tue ich sie ja nicht. Aber... ...dass machen wir mal weg. So. Genauso wie den hier. Und den hier. So. Den Boden werde ich ja eh ersetzen hier. Komplett. Zumindest habe ich das vor. Mal sehen, ob ich das dann auch wirklich mache. Ich kann nichts versprechen. So. Dann ist die 3 hoch. Ne? So. Gut, gut. Er ist zu hoch. Oh, Gott. Was ist denn hier jetzt passiert? Hui. Das ist, glaube ich, eins zu hoch, ne? Oder? Hier ist 3, genau. Und 3 soll es hoch sein, auf jeden Fall. Vielleicht sogar 4. Dass, wenn man springt, nicht unbedingt von irgendwas getroffen wird. Ja, das war jetzt zu hoch. Aber ich lasse es mal so. Damit es zumindest mit dem Grundriss der restlichen Mauer zusammenpasst. Ist ja schnell gemacht. Wir haben jetzt seit... Ja, 5 Minuten oder so schnell die Mauer aufgezogen. Und dann würde ich noch den Boden anpassen. Und dann ist es eigentlich zu. Dann heißt es hier nicht mehr, man wird direkt sterben oder so, sondern es ist mal safe. So, die Frage ist, was mache ich? Ich würde hier gerne komplett einfach Stein setzen, wie es hier ist. Das mache ich mir, glaube ich, da würde ich es mir, glaube ich, am leichtesten machen. Und könnte das dann auch mit den ganzen Apparaturen hier verbinden. Dann hat es auch ein bisschen was. Das würde ich nämlich hier so machen. So. Hier Zombies. Okay. Ich höre in Zombies. Das Magi Nisu. So. Kommt das von hier? Gibt es hier eigentlich noch Mops? Ist die Frage. Ich würde am liebsten das ganze Ding einfach fluten mit Lava. Ja, aber so extrem müssen wir da noch nicht sein. So. Ja gut, da kann man ja Stein draufsetzen. Egal welcher. Nehmen wir mal das Marble hier. Das Marble-Zeug. Oder will ich komplett einfach mal den Boden raushauen? Was kann ich denn an Stelle nehmen? Warte mal, was gibt es denn für puren Stein an Farben? Habe ich hier irgendwo einen puren Stein? Ich sage jetzt purer Stein dazu. Ich weiß, es klingt komisch, aber was soll's. Was gibt es denn da noch für Farben als Alternative? Würde mich mal interessieren. Aber ich mache jetzt mal die noch weg. Den Bruchstein. So. Ne, kann ich so drum herum bauen. Muss ja nicht alles weg tun. Ah, okay, da hat er echt zugebaut, ne? Dass safe ist. Kann man aber eigentlich offen lassen. Für die kleine, simple Stufe, die das gerade ist. Weil das könnte ja noch viel stärker sein. Es wird dunkel. Aber das sollte uns jetzt kein Problem mehr darstellen. So, hier machen wir nochmal eine extra Schicht rein. Dass auch extra zu ist. So. Schade, dass man das nicht so machen kann. Auch wenn man den Stein nicht gerade dabei hat. Das wäre cool. Weil man kann ja mit, ich weiß gar nicht, rechts oder links klicken. Das ist ja wurscht. Ich kann ja mal Steine schon reinpacken. Hier habe ich auch mal im Stream dieses Ding hier gebaut. Den Elchkermakel Furnace. Den haben wir aber noch nicht weiter beachtet. Müssen wir auch gerade nicht. Habe ich noch Stein dabei? Nö. Ich habe auch gut alles aufgebaut. Ich habe gut gerechnet mit der Menge, die ich mitgenommen habe. Und es wird dunkel. Aber, who cares? Ich meine, es ist hier gerade noch hell, ne? Ich meine, dunkel. Ich sollte mal Fackeln machen. Das wäre natürlich auch noch die Idee. Oder Haarslabs. Das wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings kann ich die nicht so schön, schön verzieren. Bin ja nass. Und ich muss mein Ding wieder auffüllen. Mein Blutorb. Damit ich nicht immer Scham bekomme. Aber auf jeden Fall brauche ich noch Fackeln. Ich kann ja vielleicht da ein bisschen was... Boah, dieses Geräusch, ne? Denkst du mir, da passiert irgendwas? Hä? Ach, das sind verschiedene. Okay, ich dachte, das ist der gleiche. Der gleiche Stoff, aber nein, ist er nicht. Und ein paar Sticks. Haben wir noch welche? Hatte ich nicht Sticks dabei? Ja. Hatte ich. So. Jetzt ernsthaft, mit Cold Coke geht das nicht. Are you sure? Gut, dann eben so. Und so. Und so. Gut. Machen wir es halt eben so. Und dann würde ich mir gerne erstens mal Beton mitnehmen. Ich hatte davon noch viel. Tiles habe ich hier noch. Den habe ich noch. Den habe ich noch. Hatte ich nicht noch mehr. Hatte ich nicht noch mehr. Ich bilde mir ein. Ich hätte noch mehr gehabt. Ich bilde es mir ein. Aber vielleicht bilde ich es mir auch wirklich nur ein. Was nehme ich denn da für eine Farbe? Da nehme ich vielleicht Asphalt. Also wirklich das schwarze Zeug. Das ist glaube ich ganz cool. Und sonst. Limestone. Den brauche ich nicht. Kann man mal weg. Erde braucht man nicht. Und dann gehe ich mal kurz schlafen. Dass es trotzdem mal Ruhe ist hier. Ich höre auch keine Zombies gerade. Das ist richtig schön. Sonst hört man immer die ganzen Viecher. Weil die in den Gängen da unten rumhuschen. Aber tatsächlich scheint das Problem gerade mal gelöst zu sein. Oh. Ich weiß jetzt nicht ob die von draußen sind. Ja die sind wohl draußen. Die sind von draußen. Kein Wunder dass es immer so nah klingt. Ihr Kleinschlingel. Okay. Tschüss. Zombie of Inner Peace. Greift er uns nicht an? Wegen der inneren Ruhe? Wäre interessant zu wissen. So. Hier habe ich noch irgendwo Callstone bestimmt drin. Oder? Bisschen so Beefken. Nee. Anscheinend nicht. Hm. Gut. Was soll's? Was soll it? Ich gehe jetzt mal eben rüber. Aua. 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 So. Hol mir hier meine Steinchen. Oh. Jetzt ging das nicht, weil da Dinger drin waren. Warte mal. Zack. 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 So macht's natürlich mal Sinn. Und dann kann ich hier das platzieren. Zack. Zack. machen wir das wieder schön zu Stein, so wie es war. Oh shit. Nein. Zumindest so teilweise. viel davon haben wir noch viel davon haben wir nicht. Ich brauche noch viel, viel mehr Stein. Ich muss mal gleich gucken, ob wir eigentlich in den Kisten noch ein bisschen was haben. Zack hat die alles mögliche hier reingeschmissen. so. Nehmen wir uns das mal entgegen. So. da brauchen wir jetzt keins oder zumindest nur eine schicht weil da kommen dann wieder wege hin also hier so im distrikt hier wenn ich hier lang gehe dann soll ich hier auch beton lang gehen zwar hier das ging gegenüber genau das habe ich den stein verschwendet das muss man schon sagen der asphalt sieht ein bisschen blöd aus aber passt eigentlich zu der optik muss man schon sagen der passt schon zu der optik so wird nicht ganz aufgehend leider gut soll so sein was noch nicht ist kann auch werden und hier haben wir ein bisschen karl ist da rein zack gut hier schon mal zu fast ja doch ich kann das gut vorstellen weil er den weg also das teil packen wir noch nach hier drüben oder dahin ja doch und dann können wir hier noch ein bisschen den weg auf kratzen ich könnte tatsächlich sogar noch eins mehr auf kratzen oder naja wo das passt nicht so ist ja keine selber für steine aber wahrscheinlich werden nicht von oben drauf geguckt habe macht wahrscheinlich den unterschied aber so wird es machen genau hier kann ich mal auffüllen so und da kommen wieder steine rein so haben wir ein bisschen stein der kommt dahin verdammt das wollte ich nicht so angenehm straßenbau mit molly so vielleicht reicht es ja schon was wir alles heraus na nee wollte gerade sagen das würde reichen aber wir haben zwar den teil dann fertig wo ich vielleicht war ein bisschen was mit erde machen würde nur ein bisschen hat da glaube ich eine idee wenn ich hier so ein bisschen durchschlage würde ja das gras durchwachsen dann kann ich hier ein bisschen so ein bisschen erde platzieren kann das machen wir müssen wir nicht ganz so viel stein aufbringen ich will auch überlegen ob ich das auch so wie hier mache mit den party was party weathered concrete das passt mir jetzt mal endlich an kann ja gar nicht mal ansehen das ist partly weathered concrete partly partly weathered concrete so jetzt ist wieder richtig gut dann wollen wir tatsächlich auch noch mehr konkreten also mal wieder craften die ressourcen dürften wir allerdings haben wir haben clay wir haben gravel sand sonst so haben wir alles kann man mit slack glaube ich machen jetzt schlacke ist auf deutsch zu scheinen heißt schlacke und hier wieder stein den ich nicht brauche da haben wir nun mal einen stein haben wir noch normalen stein wahrscheinlich und ich sehe es nun nicht stone bricks das ist normaler stein hier ist noch mehr davon hier bin immer erde packen wir jetzt erstmal so rein einen muss ich drinnen lassen auf jeden fall dass ich das dann später machen kann wie ich das möchte dieses umwandeln so auf einem streich kann ich das machen dann so hier nehmen wir ein bisschen essenzbären büschel mit davon haben wir mittlerweile schöne viele ich glaube wir sind da echt am meisten bestückt damit ja das mache ich doch schon so dass ich den weg hier noch so aufreise dass ich den dann so macht wie hier drüben das wollte ich nicht was soll's so und jetzt schauen wir mal wie wir das machen dass wir das ein bisschen optik rein kriegen ich hätte mich schon ein bisschen mit der erde gearbeitet hier auf jeden fall gesagt dass ich hier irgendwie den erdweg ein bisschen durchmach und hier so ein bisschen das durchlasser ich meine die mauer ist ja komplett so die aufnahmezeit ist aufgebraucht oh ja 20 minuten dann machen wir das im nächsten part und leute ich würde sagen das war's für heute und das war straßenbar mit bolly nächste folge machen wir ein bisschen weiter dass es dann passt und wir sehen uns beim nächsten mal also bis bald leute und tschüss und wir sehen uns beim nächsten mal queens Untertitelung des ZDF, 2020